Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Ja, herzlichen Willkommen auf dieser Seite. Ich freue mich ja sehr, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ja, ich bin heute hier in meinem Wohnzimmer und ja, ich möchte dir auf dieser Seite heute mal einen Einblick in die Welt von Oliver Schirmer geben. Wer ist Oliver Schirmer? Ja, was macht er genau? Und vor allen Dingen, warum tut er es? Warum nutzt er Blogging? Warum nutzt er Videomarketing? Und ich möchte einfach einen Einblick in die Welt von Oliver Schirmer geben, damit du siehst, dass ich auch eine reale Person bin. Und wenn du Fragen hast zum Thema, dann freue ich mich. Ja, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst, du findest dazu ganz unten am Ende der Seite meinen Skype-Namen, also meine Skype-Adresse. Kontaktiere mich einfach. Ich freue mich, wenn wir in den Dialog kommen, wenn wir ja gemeinsam uns mal persönlich unterhalten können. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich dir da gerne zur Verfügung. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass du hier auf der Seite viele, viele Informationen findest, die dich weiterbringen, die dein Business nach vorne bringen und die dir wertvolle Tipps darüber geben, ja, wie du ja automatisch neue Kunden, neue Interessenten für dein Geschäft über den eigenen Blog, über den Einsatz von Videomarketing ja gewinnen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen, alles, alles Gute und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns auch mal persönlich hören. In diesem Sinne viel Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.